Herzlich Willkommen zu unserer Veranstaltung zur Fertigstellung aller Brücken auf der VDE8 auf der Strecke des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 81 hier zwischen Ebensfeld und Erfurt. Sie durchschweren dabei 22 Tonnen und passieren 29 Tonnen. Die Stuhlbach-Rücke, die Flutbohlen-Rücke Wiesen und die Main-Rücke Wiesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017